hallo schön dass du da bist ich bin mascha und ich freue mich auf diese kurze yoga sequenz heute wir starten in einer aufrechten sitzposition kannst die beine kreuzen oder vielleicht auch dich auf dem blog setzen schade ist eine bequeme position findest und dann richte die wirbelsäule schön auf und schließt gerne noch mal die augen und wir starten dann direkt mit ein klein bisschen bewegung fang jetzt an so seitliche kreise hier einzufügen stell dir vor deine wirbelsäule wie so ein stab in der mitte deines körpers und du kreist in so kleinen bewegungen um diesen stab herum und dann lass diese bewegung ganz langsam immer größer werden dass dir wirklich zeit dabei spür mal in deinen körper rein beobachte wie du dich fühlst hier gerade in diesem moment am anfang deiner yoga praxis mit dann noch größer verlage dein gewicht nach vorne zur seite nach hinten zurück und dann jetzt jedes mal wenn du nach vorne kommst du dein brustbein nach vorne öffne dich bisschen aus dem oberen rücken wenn du nach hinten gehst du runde dich macht dich wieder klein macht es noch ein paar mal schön große bewegungen und dann wechseln wir gleich die richtung geht einmal in die andere richtung bleibt bei diesen großen bewegungen also gerne die augen noch geschlossen versuch vielleicht schon langsam deine atmung hier ein bisschen zu vertiefen nach und nach den körper bisschen aufwecken aufwärmen dann gehen wir den gleichen weg den wir gekommen sind wieder zurück fangen langsam an diese kreise bisschen kleiner werden zu lassen und dann lass dir wieder zeit dabei stell dir vor deine wirbelsäule ist wie so ein stab in der mitte deines körpers und finde wieder dieses zentrum werde immer kleiner mit den kreisen bist du dann irgendwann in stille in der mitte in einem aufrechten sitz ankommt und dann bleib hier kurz sitzen ohne bewegung komm hier an mit deinen gedanken nimm dann noch einen tiefen atemzug hier und dann öffne langsam die augen roll dich jetzt einmal über die knie und kommen einen vierfüßler stand und von hier aus lauf deine hände langsam weiter nach vorne für diesen puppy stretch lass die arme ganz lang schieb dich aus den schultern raus und leg dann die stirn auf der matte ab lass dein brustbein richtung matte nach unten sinken zieh den bauchnabel leicht nach innen oben dass der untere rücken lang bleiben kann und dann schieb dich von hier aus langsam nach vorne komm zum liegen auf die matte nach unten und dann in eine cobra pose roll die schultern zurück richte dich auf für diese kleine baby cobra press deine füße in die matte öffne dich aus dem oberen rücken atme noch mal tief ein und mit der nächsten ausatmung kommen wir dann in eine child's pose schieb die hüfte richtung fersen bleib hier für einen kurzen moment und dann darf langsam deine hände weiter nach vorne dass sich die ellenbogen von der matte lösen und stell dann die füße auf und komm in deinen ersten herabschauenden hund schieb die hüfte zur decke und dann trete hier gerne mal ein bisschen rechts links mit den beinen binde langsam in die öffnung der bein rückseiten rein und komm dann langsam in deinen herabschauenden hund dann schau zu den händen nach vorne lauf mit den füßen richtung hände der nächsten einatmung komm in eine halbe vorbeuge macht den rücken lang ausatmung lass dich noch mal locker nach unten hängen greift die ellenbogen schauke gerne ein bisschen von seite zu seite und dann löst die ellenbogen und roll dich wirbel für wirbel bis zum stehen nach oben komm dann in zahmastit hier an den anfang der matte richte dich hier noch mal auf und dann gehen wir durch den ersten sonnengruß der einatmung hebt die arme über den kopf ausatmung beugt dich nach vorne für uttanasana du kannst gerne die knie noch leicht gebeugt halten einatmung ada uttanasana streckt dich lang ausatmung setzt die hände ab die füße zurück und geh dann durch chaturanga oder deine variation von einem vinyasa einatmung für kobra oder heraufschauender hund ausatmung herabschauender hund und dann bleiben wir hier für ein paar tiefe atemzüge versuch den fokus jetzt noch mal ganz bewusst auf deine atmung zu richten atme ruhig und gleichmäßig durch die nase ein und aus zieh deinen bauchnabel leicht nach innen oben und versuch die atmung mehr in den brustkorb zu schicken mit der nächsten einatmung setzt die füße nach vorne halbe vorbeuge ausatmung uttanasana einatmung arvahastasana kommt zum stehen hebt die arme ausatmung tadasana wir fügen ein bisschen was hinzu einatmung für arvahastasana ausatmung uttanasana einatmung ara uttanasana ausatmung chaturanga oder deine variation einatmung kobra oder urva mukha svanasana ausatmung adho mukha svanasana hebt von hier aus mit der einatmung das rechte bein an für einen dreibeinigen hund ausatmung öffne die hüfte direkt über die seite beug dein knie einatmung kommt dann wieder zurück zur mitte und ausatmung zieh das knie jetzt zum linken oberarm komm hier in so einen twist halte dich hier aktiviere die kormuskulatur und dann streckt das bein über die seite legt den fuß auf den boden ab hebt den linken arm an für eine vollen triangle pose hebt den blick zur linken hand und jetzt schiebt dein becken zur decke nach oben raus lass die seitliche bauchmuskulatur schön arbeiten atme noch mal tief ein und ausatmung setzt die linke hand wieder ab einatmung dreibeiniger hund kommt zurück ausatmung setzt den fuß sanft zwischen den händen auf mit der einatmung richte dich auf krieger 2 öffne die hüfte öffne die arme schaube deine rechte hand nach vorne atme tief ein und aus mit der einatmung zieh dich lang nach vorne setz den unterarm auf dem oberschenkel ab zieh den linken arm lang über den kopf für parjva konasana heb den blick zur linken hand und jetzt streck dich von der außenkante des linken fußes bis in die fingerspitzen rein dass dein becken nach unten sinken und mit der einatmung richte dich wieder auf nimm die hände vom herzen zusammen und jetzt schieben wir uns über die linke seite in skandasana öffne den linken fuß leicht nach außen beug dann dein knie bleib auf der rechten ferse komm hier in so eine squat position heb gerne den blick zur decke nach oben wenn es zu viel ist kannst du die linke ferse auch angehoben lassen und dann komm von hier aus so elegant wie möglich zum sitzen nach unten nimm den linken fuß gegen den rechten oberschenkel richte dich auf mit der einatmung und ausatmung beug dich nach vorne für janu shishasana paar tiefe atemzüge hier in der vorbeuge versuch dich aus der wirbelsäule in die länge zu ziehen und ein bisschen zu entspannen mit der nächsten einatmung richte dich auf ausatmung lösend stell jetzt den linken fuß auf wir gehen weiterhin einen twist heb den rechten arm zur decke nimm dann den rechten ellenbogen zum knie und schau über deine linke schulter zurück zieh den bauchnabel nach innen oben und jetzt versuch dich aus dem oberen rücken aufzudrehen für noch zwei tiefe atemzüge hier dann gehen wir von hier aus über die linke seite weiter also drehe dich zum ende deiner matte setzt die hände schulterbreit auf und dann geh hier durch ein vinyasa zurück chaturanga einatmung erdva mukha oder kobra ausatmung adho mukha shvanasana herabschauender hund dann wechseln wir die seiten einatmung für den dreibeinigen hund ausatmung öffne die hüfte über die seite beug dein knie lass die arme schön gestreckt mit der einatmung komm wieder zurück zur mitte ausatmung zieh das knie zum rechten oberarm für diesen twist schieb dich aus den schultern raus und dann streck das bein über die rechte seite setz den fuß auf dem boden ab heb jetzt den rechten arm an für die vollen triangle pose heb den blick zur rechten hand und jetzt schieb dein becken zur decke nach oben versuch ruhig und gleichmäßig weiter zu atmen atme ein und aus setz die rechte hand wieder auf der matte ab einatmung dreibeiniger hund ausatmung setz den fuß sanft zwischen den händen auf einatmen richte dich auf für den krieger 2 eröffne die hüfte und die arme schreibe deine linke hand nach vorne finde in deine position mit der einatmung zieh dich lang nach vorne ausatmung setz den unterarm auf dem oberschenkel ab zieh den rechten arm lang über den kopf für parjva konasana hebe den blick zur rechten hand und jetzt lass dein becken wieder schwer nach unten sinken schieb dein linkes knie leicht nach außen mit der nächsten einatmung richte dich wieder auf ausatmung nimm die hände vom herzen zusammen und jetzt schieb dich über die rechte seite öffne den rechten fuß leicht nach außen beug das knie und sink hier nach unten komm auf die ferse des linken fußes heb gern den blick zur decke für skandhasana und dann kommen wir von hier aus wieder zum sitzen nach unten so elegant und sanft wie möglich nimm dann den rechten fuß zum linken oberschenkel einatmen streck dich ausatmung beug dich nach vorne für janu shishasana zieh auch hier den bauchnabel wieder nach innen versuch ein bisschen zu entspannen in deiner vorbeuge richte den fokus auf die atmung mit der nächsten einatmung heb den blick ausatmung lösen stell den rechten fuß auf wir gehen in den twist heb den linken arm zur decke und dann dreh dich über die rechte seite schau über die rechte schulter zurück für maritja sanatzi roll die rechte schulter auf halte dein linkes bein hier aktiv flex den fuß und dann drehen wir uns jetzt wieder über rechts das heißt wir kommen zurück ans anfang der matte setzt die hände schulterbreit auf und geh dann hier wieder durch ein vinyasa ausatmung für chaturanga einatmung erba mukha ausatmung ad mukha shvanasana herabschauender Hund ein paar tiefe atemzüge dann hier im herabschauenden Hund wenn du möchtest trete nochmal rechts links schüttel nochmal den kopf ja nein entspann den nacken und dann schau zu den händen nach vorne und komm jetzt zum sitzen nach vorne und dann komm hier nochmal in eine aufrechte sitzposition wie zu beginn der stunde auch finde eine bequeme pose für dich und dann machen wir hier zum abschluss nochmal eine atemübung das nennt sich atmen im quadrat also stell dir währenddessen wirklich die vier seiten eines quadrats vor an denen wir entlang atmen wenn das irgendwann zu viel wird mach gerne eine pause dann nehmen wir nochmal einen tiefen atemzug ein und aus und dann starten wir atme ein zwei drei vier halte den atem zieh den bauchnabel nach innen drei vier atme aus zwei drei vier halte hier zwei drei vier atme ein zwei drei vier halten zwei drei vier aus zwei drei vier halten ein vier 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 Halt, aus, halten, letztes Mal ein, halten, aus, halten, und dann lass los, lass die Atmung wieder ganz natürlich fließen, spür hier mal für einen Moment nach, beobachte, wie du dich jetzt fühlst, und dann bring die Hände vom Herzen zusammen, schenk dir hier nochmal ein Lächeln, bring dann die Hände zu Stirn für klare Gedanken, zum Mund für ehrliche Worte, zum Herzen und beug dich nach vorne. Namaste Danke dir, dass du heute mit mir praktiziert hast, danke dir selbst, dass du dir diese Zeit genommen hast, ich hoffe es geht dir gut und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal. ...